Noch hat Cristiano Ronaldo kein Tor für Juventus Turin erzielt. Trainer Allegri ist sich jedoch sicher, der Knotenplatz gegen Sassuolo. Juventus Turin-Coach Massimiliano Allegri ist zuversichtlich, dass Superstar Cristiano Ronaldo am Sonntag sein erstes in der Serie A erzielt. Cristiano hat gut gearbeitet, und ich denke, dass er am Sonntag treffen wird, sagte der Coach am Samstag auf einer Pressekonferenz im norditalienischen Sassuolo. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat! Der italienische Rekordmeister tritt am Sonntag bei US Sassuolo Calzico, 15.00 Uhr im Live-DK an. Zum Gegner war zu Beginn der Saison der Ex-Bundesliga-Profi Kevin Prinz-Boateng von Eintracht Frankfurt gewechselt. Juventus Turin-Emre Ken spielt gegen Sassuolo. Rauch-Nationalspieler Emre Ken soll bei Juve zum Einsatz kommen, kündigte Allegri. Noch unklar ist dagegen, ob Weltmeister Sami Khedira spielen wird. Der 31-Jährige hat gerade seinen Vertrag mit dem italienischen Rekordmeister bis 2021 verlängert. Juve führt nach drei Spieltagen und drei Erfolgen die Serie A-Tabelle. Sassuolo folgt auf Platz 2. Mehr zu Juventus Turin